Hey, hey Leute, ja, ich bin's wieder, ciao mit LPN dran und willkommen zurück zu Let's Play Superstar Saga mit Mario, Luigi und mir. Ja, ja, äh, oh nein, noch mal da nicht. Ja, also, ich muss mich für das, was letzte Folge passiert ist, entschuldigen, ich war ein bisschen frustriert, weil ich dachte, mein Auge wäre jetzt endlich im Eimer und so, aber, äh, ja, so, dann hab ich das halt ein bisschen im Spiel ausgelassen und alles und das tut mir schrecklich leid, weil ich war richtig schlicht gelaunt am Ende von wegen dem Minispielchen und, na, das darf doch nicht passieren. Ja, also, wegen meinem Auge, ich war müde, hab um drei Uhr morgens die Linsen rausgetan, dann hab ich die verwechselt und deshalb, ja, dachte ich, ja, Auge kaputt, obwohl eigentlich einfach die Linsen pölsch waren. Hey, also, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu übel, ihr müsst mir nicht verzeihen, aber ich muss mich trotzdem entschuldigen. Und jetzt, da wir das ganze Gedöns hinter uns haben, wollen wir das Minispiel spielen. Spielen? Minispiel? Okay, genau. Minispiel. Oh, muss ich jetzt wieder rein und raus? Und was soll das Gedöns? Ja, und warum ich jetzt hier Nein gedrückt habe, ähm, ja, okay, gut. Ich weiß nicht mehr genau, wie oft ich springen muss. So. Also. Oh, sie sagt es mir nicht mal, okay, und sich einfach nur gut sein. Verdammt. Gut sein. Gut sein. Gut sein. Ich schaff das jetzt. Ich schaff das jetzt. Das wird jetzt super wunderbar laufen. Nee, tut es nicht mehr. Aber, ja, Gott. Komm, 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 komm. Ich schaff das doch. Mann, das schaff ich. Das schaff ich. Ist doch nicht so schwer. Ich schaff das nicht, oder? Wie oft muss ich? Ich weiß doch nicht, wie oft ich... Ja, gut. Okay. Aber Leute, Leute. Tut mir nochmal übelst leid. Ich werde hier wahrscheinlich auch mal die Klappe halten müssen, damit ich das nicht schaffe. Also jetzt kommt es voll schnell rausgerast. Verdammt. Aber halt. Das ist jetzt eine meiner die schlechtesten Leistungen gewesen. Nur weil ich die Kontakte nicht gewechselt habe. Ich trottel. Ich tue mal trottel. Okay. Leute, ich glaube, ich werde jetzt einfach nur so machen, indem ich einfach mal die Klappe halte. Okay. Oh, Leute. Okay, geschafft. Puh. Hoffentlich hat euch das jetzt nicht allzu sehr gestört, aber... Oh, immer noch so Solomäßig weiter. Das finde ich doch doof. Ah, da oben geht es dann wieder zusammen. So, weiter. Hoffentlich. Könnte ich hier runterfallen? Och, Mensch. Okay. Luigi, machen wir weiter. So. Okay. Äh, liebe Bartonkels. Der gelbe Boden hier steigt hoch, wenn man ihn von unten anstößt. Wenn ihr den Rückstoß geschickt ausnutzt, dann... Hm, das wird hier schon raus. Warte. Geld. Ich konnte da doch nicht mal ran. Liebe Bartonkels. Oh, Mann, wieder so ein Kram. Okay. Toll. Ah, würde ich sagen, dass ihr dieser Dungeon überhaupt nicht gefällt. Ja, der ist irgendwie... Ach, ich gehe durch die Tür. Äh, der... Ja, ja, ja. Kein Kommentar, okay? Ja, draußen tobt dieser Orkan. Gonzalo. Wie er voll lame heißt. Also ich... Ich finde es so schade ist, dass einige Orkanen so lame Namen bekommen. Gonzalo. In Europa vor allem. Naja, aber sonst. Gut, das... Ah, jetzt verstehe ich. Aber ich konnte es doch zu mir irgendwie nicht ran. Ah, vielleicht wenn da Mario draufsteht, dann singt das ab und dann kann ich mit Luigi gegen jumpen. Das ja gut. Du, 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 du. Ah, okay, Luigi. Ah, sehr gut. Puh. Okay, das ist jetzt, ähm, ja. Oh, nö, nicht so einer. Verdammt. Äh, nee, ich muss mal landen. Äh, eben, genauso. Wegen solcher Spiels... Spiele hier. Puh, da, 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 da. Gut, besser. Wegen solcher Dinge hier. Ha, willst du dich mit mir anlegen? Bitte keine dicken. So. Ich würde eigentlich einen Erstangriff machen, damit das Ganze flotter voran... Ah! Nein! Spring, Mario! Wow. Baff. Und baff. Ja, ich muss da irgendwie XP bekommen, aber Solo-Campfe sind halt doof. Aber man kriegt jetzt nur eine Chance zum Angriff per, äh, der vier Gegner. Das ist natürlich doof. So, komm, du Schuhe, du Steppke. Zack. Oh, Gott. Aber, eben, das muss auch sein. Baff. Baff. So. Oh, jetzt, jetzt aber. Jetzt, äh, zahlt ihr dafür, ihr Arctic Guys. Oh, bin ich schade, ich euch einfach mache. Bin ich zu früh hier? Hätte ich weiter leveln sollen? Hätte ich Dinge tun müssen, an die ich nie gedacht hätte? Äh, ich weiß es nicht, Leute. Aber, es könnte sein. So. Ah. Aber es ist so schön, wieder aufnehmen zu können. Weil, drei Tage konnte ich die aufnehmen. Und ich bin like, ah, ich will, ich will so gerne aufnehmen, Mann. Jetzt darf ich wieder aufnehmen. Das ist das schönste Gefühl der Welt. Vor allem nach dem letzten Debakel. Was, hat Mario jetzt ein bisschen größeres Level als Luigi? Äh, was habe ich denn letztens für Mario gemacht? HP war Nummer 1, okay. Äh, b-b-b-b-b-Angriff. Oh, Angriff kann ich erhöhen. Fünf. Fällig. Ja. Okay, Angriff hat zehn. Ah, nee, dann ist es jetzt gleich das gleiche Level. Ah, gut, da bin ich rum. Oh, nicht so jeder wieder. Nein, das war doof. Das war doof. Ja, wegen der HP. Mann, die fressen so viel HP, wenn man nicht ausweichen kann. Und so doof dafür ist. Ba-da-ba, ba-da-ba. Bye. Oh. Oh. Äh. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Hm. Ich tue nur meine lame Handattacke haben. Oh, ich habe ihn voll angekugelt. Der ist weggerannt. Der Dorot gefällt mir. Oh. Ist nicht aufgewuselt. Oh, nein. Oh, verdammt. Ich muss doch ausweisen. Kann ich dich auch so wegflamen? Das wäre cool. Haha. Tschüssi. Oh, nein, nein, nein. Oh. Oh, oh. Das ist schlecht. Bitte lauft doch weg. Wenn ich euch am Rumpf... Das ist doch sowas von toll. Das steckt ihr nicht weg. Okay, puh. Oh. Da, da, da. Oh, Mann. Mann, Mann. Ist das schressig. Ich will doch nur Luigi wiederhaben, damit wir... Haha. Ah, ich habe dir dein Toupet weggebrannt. Oh, nein, 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 nein. Oh, Gott. Das wird mich jetzt umgehauen. Oh, nein. Das hätte ich den ganzen Bullshit auch mal machen müssen. Okay. Ich darf nicht sterben. Bitte sag mir, dass dich das jetzt umhaut. Wenn ich dich nochmal... Okay. Oh, ich kriege keinen XP, wenn ich die verjage. Oh, wie fies. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, nee. Das ist wieder so ein Schleimtypi. Oh. Äh, nein, nein, nicht... Ich will nicht... Nein, nicht das. Nicht das. Ich muss... Items. Verpilz. Om, nom, nom. Oh. Wie stressig ist denn das hier? Bitte, Mann. Oh. Okay. Unten sind wir wieder vereint. Und dann... Dann können wir ein paar Gegner plätten. Oh, yeah. Also, fast vereint. Let's go. Okay. Ich seh schon. Barabab. 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 Okay. Kann ich das... Ha. So. Let's go. Die immer so auf dieselbe Stelle, oder? Nö. Das wäre schön. Ich glaube, ich muss das auf die EG draufbekommen, damit das hier reflektiert wird, damit das da drunter geht. Okay, dann muss ich jetzt auf die EG wechseln. Ah. Geschafft. Hehehe. Ah, so. Aber ich muss sagen, das ist schon eine coole Idee, auch mal getrennt mit den Stüppis hier was zu machen. Ah. Das ist doch nicht euer Ernst. Ah. Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, würde ich das... Ah. Es ist eigentlich besser, mit Mario zuerst mal zurückzukommen, damit ich das hier ausbuddeln kann. Obwohl. Ja, was ist mit Meloie jetzt? Wie mal durch? Stoic. Oh. Mann, der Dungeon ist ja richtig stressig. Darf ich das mal loswerden? Aber endlich, endlich wieder vereint. Jetzt hätte ich doch gerne einen Speicherblock. Ach, nö. Ja. Ja, Mario ist zurück. Das ist doch ein bisschen lau. Das ist... Ja, vor allem wegen einer Bohnen mache ich den ganzen Schrott jetzt mal. Hallo. Luigi, wuhu. Wir sind wieder vereint. Okay. Aber vielleicht ist es eine grüne Bohnen. Ich bezeifle, dass da aber die Möglichkeit besteht. Und wenn die Möglichkeit besteht, darf man nicht einfach sagen, nö, das mache ich jetzt nicht. Okay, na. So. Baff. Ja. Nein, ich bin der Bohnen. Gut. Aber jetzt komme ich hier nie wieder mehr zurück. Stimmt, weil die beiden nicht mehr getrennt sind. Komme ich da nie mehr hoch. Ja. Ja, ne, doch. Ich gehe die theoretisch da wieder runterdüsen lassen und so, aber nee. Jetzt brauche ich zuerst mal einen Speicherblock. Äh. Genau. Speicherblock. Das ist kein... Ah, Speicherblock. Hallo, Speicherblock. Oh, endlich. Eigentlich nur wegen dem Minispiel, ne? Der Rest ist mir ja schnurz, aber das Minispiel will ich nicht nochmal machen. Das hat nämlich insgesamt sieben Minuten gedauert, bis ich das hingekriegt habe. Zwei Episoden, basically. Aber ich habe es hingekriegt und jetzt fühle ich mich wieder toll. Uhu. Stimmt, hier konnte ich eigentlich hoch, aber ich würde gerne ein paar Gegner zerdreschen. So. Mit beiden. Da kriegen beide noch XP und alles. Das ist dann so eine Minispiel. Baff, Ultrapara. Und Baff auf den Ultrakeim und der ist weg. Oh, die boosten sich beide auf, ne? Wohlen die dann, dann können sie weglaufen. Und dann kriege ich kein XP. Das ist natürlich doof. Bonk. Oh nein, das war du. Okay, lass ich vorsichtig sein. Das kommt nämlich langsam ran. Zack. Hehehe. Oh, Leute, das macht zu viel Spaß. Let's playen. Mann. Echt. Beste Zombie ever. Zack. Der Ohrmensch, der lebt immer noch, aber nicht mehr lange. Oh ja. Und bald hat er einen Joch. Hehehe. So. Oh. Wieso machen die eigentlich so viel Schaden, wenn die zusammen sind? Vielleicht so Solomäßig. Von die Schaden. Ja, komm. Das, das haut doch hin. Beide zusammenführen sich. Damage. Oh. Hehehe. So. Aua. No. Mario. Hoho. Voll fies. Okay, ich mach jedes Blatt. Da. Immer noch nicht. Oh, nö. Vielleicht noch ein paar Gegner, wa? Game over. Ich hab ja im Vorringen... Ja, vor dir. Vor dir, vor dir, vor den Schluss. Brunia. Ne. Geht mir leid, Leute. Das war so nicht geplant. Let's go. So. Jetzt sind natürlich voll die anderen Gegner. Hm. Das wohl... Ich wollte nicht den anderen... Ich bin so ein... Trottel. So ein... Oh nein, jetzt macht das... Ich hab voll vergessen, dass die das können. Ah, ich will aber die Ultra-Parasplug machen. Für die Nerven. Und am besten den anderen doch der Souverine anzuheilen, damit er nichts macht. Ja. Verdammt. Ähm. Okay, wir machen zuerst mal die Schleingeisterplatte. Kann das sein, dass wir zusammen auch mehr Damage machen? Mehr Damage kriegen, mehr Damage machen. Das hab ich bisher noch nie aufgefunden. Äh, nee. Den da. Bitte. Und... Platt. Stimmt. Zusammen kämpft es sich effektiver. Kühn ist mir jetzt das auch mal auf. Du Hund! Auffällt. Mal belebt dich, deine Mitstreiter, wieder. Das ist kein RPG für euch. Das ist ein RPG für uns. Oh Gott. Muss ich wieder einen Superpilz einsetzen. Weil der Hund da hinten nicht stirbt, den Kahn... Oh nein. Oh nee. Nochmal falle ich nicht auf deine blöde Fertöcke rein. Ach. Nee, wir machen das so. Das sind die Ultra-Keimeplatten. Warte. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt deinen Kumpel zurück... zurückholst, dann... Muss ich hässlich werden. Aber... Tja. Es wurde euch erspart. Okay, ich hab... Was mach ich da? Was mach ich da? Wieso hab ich mit der Hand ange... Was ist das? Das ist jetzt aus der Hand. Ähm. Puff. Und... Nee. Nee. Nee, Sprung. Ich fand das mit dem... Gehertzen. Sprung. So. Die Luigi hat immer noch so ungefähr 1000 live mehr als... ...Mario. Ne. Voll easy. Hey, ist da oben was? Sieht da aus, als ob da oben... ... was wäre. Hm, Gegner, der mich irgendwann gekutzt. Nee. So. Zack. Tschüss. Jaja, das... Das kennen wir langsam. Das ist alles mit dem alten Leier. Bam. Tschüss. Wieso macht ihr so viel Damage? Das ist doch nicht toll. Okay. Gut. Grüner Pfeffer. Nee. Ein Wann-Up-Pilz. Plus halbe KB. Das ist doch ausreichend. Hey, Mario. Hier. Ich muss mal wieder einkaufen gehen. Oh, nein. Der Aufgebustete darf uns nicht erwischen. Natürlich, dachte der andere jetzt auch nochmal. Ich hasse die Typen. Die sind zu doof. Okay. Obwohl, nee. Nee, das ist natürlich auch cool. Macht meine Hand durch richtig Damage? 84, hör doch. Ich bin doch gesprungen. Ich bin doch gesprungen. Luigi, steh auf. Das wird doch nur ein kleiner Kampf werden. Aber nein. Ich sollte mich heilen. Vorher. Bevor ich kämpfe. Wir wollen nichts geschafft haben. So. Jetzt aber. Bist du dem Aufgebustete? Wieso sind andere Teile seines Körpers? Leuchtig bin. Ich werde nicht fliegen. Vergesst es. Nö. Nö. Ich mache den jetzt einfach platt. So, dass ihr wegrennt. Und der andere kommt. Auch wegrennt, komm. Ich kann dem weiteren Run-Up-Pilze verballern. Oh nein, das ist der Aufgebustete. Scheiße. Ja, dann kriege ich mir wirklich weniger Damage. Hat das denn einen Sinn? Ich weiß es doch nicht. Das war vollkommen Lane. Oh Mann, ich bin so wild. Wenn er mit dem nächsten Mal auf nicht down ist, habe ich ein Problem. Weil ich mit Luigi nicht ausweichen kann. Weil ich zu Lane dafür bin. So. Oh. Ich hasse die Typen. Okay. Ich habe neue Hassfeinde. Toll. Toll. So. Noch ein Pilz für Luigi. Oh, ich finde, Luigi braucht mehr, 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 mehr Karpi. So geht das doch nicht. So. Genau deshalb bin ich eigentlich zurückgekommen, um die ganzen Bohnen hier auszubuddeln. Grinsen, Brunnen. Aber irgendwas sagt mir, dass das nicht der letzte Dungeon sein wird. Weil wir haben doch keine einzige Grünbohne gefunden. Und die wird auch nicht einfach irgendwo versteckt sein. Genau, hier müssen wir uns auch trennen, oder? Speichern und weiterspielen. Jedenfalls trinke ich jetzt einen Schluck Cola. Die Episode ist auch bald vorbei. Okay. Ja, genau hier war das. Aber gut. Gut. Ähm. Ja. Da gehen wir auch irgendwo hin. Aber Leute, das war es dann langsam für heute. In der nächsten Episode erfahren wir dann. Genau, ich muss auch noch hin. Der Brune. Voll der lange Weg, oh Mann. Ähm. Ich will die Brune holen. Falls ich das jetzt noch schaffe, wenn ich jetzt in diesen Raum gehe. Na, da ist die Brune. Oder wir kämpfen. Ja, die sind einfach. Die sind schön. Ich mag die Typen. So. Und die sind nicht schnell dauernd, weil sie eine Schwäche gegenüber unseren magischen Fähigkeiten haben. Ich werde das nur mit dem Brune holen. Und dann beenden wir die Episode. Abgemacht. Ach, nö. Nicht wieder so ein Haini. Mann. Baff. Hehehe. So. Und... So. Aber der letzte Episode tut mir wirklich leid, Leute. Es war keine Absicht. Wirklich. Also. Mann. Das darf nicht mehr vorkommen. Ah. Die Kontaktlinsen falsch reingetan. Das geht's doch nicht. Naja. Also wenn ihr euch immer schlecht fühlt, denkt an eure Lieblingsletzte. Und denkt... Sagt euch. Wenigstens habe ich heute nicht meine Kontaktlinsen verkehrt reingetan. Okay, Leute. So. Das war's für heute. In der nächsten Episode werden wir dann weiterlaufen. Also weitere neue Areas of War schon mal gucken, wie weit ihr kommt. Bis dann. Haltet die Ohren steif und... Entschuldigt bitte. Ciao.